Jo, Leute, was geht? Neues Video. Diesmal erwähnen wir Feuerwehr. Wir sind gerade nur hier gerade im Parkhaus, weil ähm, uns hat, äh, wir mussten die Polizei abhängen, weil wir noch äh, davor kriminell waren. Kommst du da irgendwo? Nein! Doch, du musst anschieben. Warte mal, ist das, das ist runter? Das ist hoch, hä? Hier! Hinten! Finn! Hier musst du hoch! Ähm... Drück mal aufs Gas, wenn nicht, dann schiebe ich dich. Eigentlich kommt da jedes Auto hoch. Nein, unser Auto ist jetzt schon zu schwach. Schieb! Ah, denn laufen wir halt einfach. Ja, stimmt, wir sind da eh nicht so weit. Dann laufen wir kurz. Ja, boah. Ja, boah. He. Mann, immer ein... Da. Äh, war da irgendwo ein Einsatzleiter oder ein ganz schmale Feuerwehr? Boah, geh du mal Feuerwehr. Ich hab irgendwie... Ich... also ich geh mal Einsatzleitung. Ja. Jetzt bin ich normale Feuerwehr. Ähm... Was denn? Da muss man ja nix nachfüllen. Nee. Ich muss mal kurz gucken. Boah, wie viel 200 XP denn hab ich? Den Stutt... Landwirt... Ne... Landschaft... L... E... L... W... Junge gefüt. Schon der schwerste Name der Welt. Du hast dieses neue Auto, was irgendwie... irgendwie aussieht wie eine Fehlproduktion. Ist halt wirklich Schoko. Mal guck doch, das... Das sieht halt wirklich einfach so aus, wie schon eine komplette Fehlkontext. Ja, weil eigentlich ist ja alles... Aber das hat ultra... Guck dir mal die Funko-Rufen an. Guck dir mal die Flinke hinten an. Guck dir mal die Flinke hinten an. Fehlpro... Fynn... Ist dir mal was aufgefallen? Hier sind einfach... Sechs Leitern drauf. Guck dir mal die Flinke hinten an. Ja? Zähl mal durch. Überall sind drei. Hey, wo... Woll... Wollen wir dann nach einer Obby spielen? Äh... Wo man mit dem... Äh... Quad-Byte... Äh... Ist. Und danach... 3... Zero... Zero... Eight. Kann ich den machen. Aber ich hab... Ich hab's eingestellt jetzt eigentlich so... Dass die Kamera perfekt sein sollte. Weil ich hatte ja beim letzten Video, wo ich SC Color war. Das war schon ein bisschen her. Da konnte man mein Leben und so nicht sehen. Weil ich die Kamera nicht richtig schon bekommen habe. Aber ich zocke mal... wieder auf mich... Es wär auch komisch, wenn ich aufm Handy zocken würde, ne? Ja. Soll ich... Soll ich denn mit meinem Laptop ein Video aufnehmen? Soll ich mal... mein Laptop so hoch halten und sagen... Moin Leute, was geht? Und mir Face Video machen mit dem Laptop? Geht gar nicht. Das ist ja übel. Ne. Ja. Woher bekommen wir eigentlich mein Homewatch? Stimmt. Krimineller Edel! Nimm! Polizei! 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 Die machen den Polizei-Krimi-Track. Bruder... Da... Da liegen... Bruder, Tankstellen ausräumen lohnt sich ja mehr. Könnten Sie mich bitte zur Poli... äh... Könnten... Könnten wir bitte... Wollen wir? Doch lieber Polizei werden, aber du nur Polizei... und diesen Trick machen... um Geld zu verdienen? Weil ich will mir noch ein neues Auto kaufen, aber... da brauche ich ultra viel Geld. Ja. Wo greift sie da was? Ne. In Maybach? Nicht so übertrieben zu viel Geld. Oh Mann. Mach Sirenen an. Sonst fliege ich ja aufs Auto. Hub mal! Hub! Hup! 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 Also, guten Tag. Ich werde krimi, 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 schnell. Kommst du? Jetzt können wir mit meinem Audi fahren. Ich habe mal die 8. Komm mal. Das Video darf auch nicht so lange gehen, ne? Sonst können wir die anderen Spiele nicht... Weil YouTube hat ja, glaube ich, eine Begrenzung von, wie lange ein Video gehen darf. Nein. Ja, Boxer hat ein Video aufgenommen. Nee, doch, ich habe ja. Und es ging über 3 Stunden. Ich frage mich meistens, wie Kriminelle da oben in die Ecke reinkommen. Ich habe gerade ge... Ich habe gerade ge... Aber Tanksteine ausrauben lohnt sich jetzt mehr als sonst, ne? Ähm... Fynn, ähm... Ich... Sag dir mal, wo ein Diener... Irgendwie sind ein Diener vorbeigefahren. Ich wollte mir eine Waffe kaufen, um mal gucken, ob man... Äh, die... Man kann die Kassen ja auch schon seit neuestem aufschießen. Nee, es ist es. Ja, dann fangen wir kurz zum Diener. Ja. Ich glaube, ich kaufe mir eine... Ja, mach... Halt Handständen bereit. Warte. Ähm... Kannst... Bereit? Hör was, man hat 25%... Die... 25% weniger auf dem Baseballschläger. Und dann noch auf... Dings. Auf irgendeiner Sinne, was ich weiß. Ey, Fynn, man kann jetzt seit neuestens auch... Ey, Fynn, ich bin jetzt die ganze Zeit im Diener drinne. Soll ich? Ja. Ist ja geil. Obwohl man im Knast ist... Junge, ich habe mir gerade die neue Schrotflinte geholt. Die sieht voll nice aus. Den Sniper kaufe ich mir nicht. Ich habe mir Metallschläger Glock... Äh, die Schrotflinte G36... Ähm, Bomben, Metallschläger. Ich gucke jetzt mal die neue Schrotflinte an. Ja, die neue Schrotflinte ist ja übelst geil. Habe ich alles? Ja. Ey, die Schrotflinte ist ja übelst nice. Hast du es gesehen? Mit zwei Schüssen offen. Und die ist nicht so laut wie normale Waffen. Hat jetzt... Fynn... Äh, hat jetzt jede Waffe einen anderen Sound? Weiß nicht. Lass mal testen. Wenn die... Weil, guck doch, hier hat er genau den Shotgun Sound, ne? Ja, voll. Fahr mal zum, äh, Kleidergeschäft. Was ja seit dem neuesten Update in Rotofarmburg rausgekommen ist. Wurde erst da ausgeraubt. Hä? Wurde erst ausgeraubt. Oh. Wurde irgendwas nicht ausgeraubt? Also, ich hab auf jeden Fall Bomben bei. Das ist ein Police. Das ist der Typ, der mit kriminellen Tricks macht. Den wir nicht tun, ne? Wir tun nicht denselben Trick. Aber ich weiß auch... Ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich seit Tagen erkältet. Also, die... Also, deswegen muss... Muss man sich nicht wundern, dass ich nicht so oft Videos rausbringe. Wurde... 200! Bruder, was für Scheine sind hier? Nimm mal die günstigsten, nicht die teuren Scheine. Das sind 500 Scheine. Hab ich alles? Ist hier alles weg? Ja. Okay. Hörst du den Pfanne an. Der, du hast mich freigelassen. Können wir gleich zum Diener spüren. Boah, was geht bei dir ab? Ist da, ist bei dir Gewitter? Egal. Es hört sich an, als wenn gerade bei dir irgendeine Bombe explodiert oder so und die gerade noch und das eine Kettenreaktion gibt, weil das so sich so... Aber... Ja. Boah, irgendein... Wie viele Polizisten haben wir? Ja, ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah ah. Die Ölspur, die Jutzeel, isst dich, neust mich. Das ist ja die größte Tanke der Welt, wieso klaust du eigentlich mir die Hälfte vom Geld, ich hab, ich hab, was, was, was ist, wieso hast du eigentlich, wenn du mir das Geld klarst, verdiene ich nicht mehr Geld, du kriegst nur XP und XP bringt eigentlich nichts, wenn wir Geld fahren wollen, aber ich will ja auch noch XP fahren, ja, aber wieso musst du denn ungefähr, ich hab drei Scheine abbekommen, du hast bestimmt fünf oder so, ich hätte auch nur drei, das war ja, dann was, aber du hast bestimmt 500 Euro und so bekommen, weil meistens sagt man das, so, doch, weil das steht, das steht. Ich hab ich, das, das, das du schon hast, bekommst, fertig. Ich habe Bock, Juva auszuräumen. Ist dir mal aufgefallen, Juva hat ein Update bekommen? Weil jetzt spawnen nicht mehr. Bei den verschiedenen Dingen nur noch Diamanten. Die spawnen auch jetzt in normalen Dingen. Du hast alles Geld, du klaust dir schön Geld. Aber wieso ist der Typ denn weggegangen? Wieso sieht irgendwie aus, diese Regen, die bei mir, die letzten Regentropfen, die bei mir am Fenster hängen, sehen aus wie Einschusslöcher vom Panzerglas. Hilfe, ich habe irgendwie jetzt Angst vor Regen. Ja, geradeaus. Jetzt abbiegen auf Hauptstraße. Da vorne ist ein Dealer. Da kann ich meine Shotgun nachladen. Ich will da vorne meine Shotgun nachladen. Da sagt schon Moni. Ja. Ja. Habe ich irgendeine Waffe noch genutzt? Warte. Kann ich kurz gucken, was auf... äh, das Handy gucken, wie viel Kohle ich gemacht habe? 7100 ist das viel. Das ist mehr als wenn man nur einen Job macht. 7100 ist das viel. 9100 ist das viel. Das ist ganz schön. Und das kann man auch mit Bomben machen. Ja. Ja. ich habe schon über 1000 dollar also ich habe mindestens drei ich hab drei ich hab 4500 dollar Wanda ist er ist der hinten guckte mal vorne an den Dings ok der losfahren aber was wenn der polizei gerufen hat hat er nicht ach du bist ja ich bin ich bin die die alter diese dieser shop war so richtig geil guck mal ich sagte ich habe solche sagen wie viel geld ich jetzt schon habe 12300 ich hatte vorher 7100 das ist geil also ich glaube jetzt seit 19 ist Bank nicht mehr so krass und so von die ehrenlos von dir egal ich so ne ja egal ich habe uns den Hashtag geschrieben ich habe und gerade polizeipassworte ich auch was ich kann das nicht ich danke ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht ich gucke ihn in die Seele ich liebe meine community genau so wie er hinter der Kamera ich ich bin ich kann das nicht ich bin ich bin es ist ich bin ich bin du musst heute mehr xp als xp 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 sobald xp xp heißt das fisch können fliegen fliegen weil fliegen fliegen heißen oder fliegen fliegen weil fliegen fliegen können ich bin nicht abhängig und schuldig ich will meine freundin haben darum er geht es mir morgen noch mal ok so leute das video spielen wir jetzt alleine durch aber wir müssen schnell weg können damit ich offline gehen kann der leute soll mich doch freilassen ich bin gleich noch im spiel aber das video ist erstmal für jetzt gleich vorbei bringt er mich im knast doch macht er oder macht er diese benötigen in das bringt das her. Ich renne kurz weg, ganz weit damit, die mich nicht bekommen können, die Punkt 2, damit ich auch. Ich renne schnell weg. Also wir spielen gleich ein Spiel. Also ich meine halt, weil man vor dir auf muss. Ich find's keiner gut, dass man einfach ein YouTube-Video aufgeben muss, äh, zu zweit Schulspielen wegen seiner Freundin. Das find ich immer nicht gut. Weil irgendwie, man hat sich halt vorher gefreut, dass man YouTube mehr macht und so. So jetzt, ich bin schon ultra weit weg. Ich hab halt Angst, dass ich ins Knast komme und mir denn, ich muss mir das Geld noch irgendwie wegmachen. Also eigentlich bin ich schon weit weg. So, das war's jetzt mit dem Video. Ciao, bis gleich.